nachdem der markt in der abwärtsbewegung offensichtlich sein ziel gefunden hat wir sehen dass hier noch mal beispielsweise der jones hat er das 100 prozent ziele hier in dem fall der future erreicht ein bisschen unterschossen noch und offensichtlich haben die marktteilnehmer gesagt nur noch das reicht mehr brauchen wir nicht unbedingt und erst mal eine pause gemacht da ist natürlich die ganz klare frage die sich die meisten jetzt stellen war es das jetzt ist das schon alles oder müssen wir tatsächlich mit mehr oder vielleicht sogar deutlich mehr rechnen dafür gibt es einerseits natürlich einen blick auf den chart um einfach so ein bisschen zu gucken wie ist das verhalten jetzt hier und dann sehen wir das bislang die abwärtsseite ja relativ stark war und hier so in den einzelnen gegenbewegung zumindest mal eher wackelig korrektiv hier hinten fängt es aber wirklich jetzt nun stark an und das lässt vermuten vielleicht ist da doch noch mehr drin wechseln mal kurz auf den dax beispielsweise in der kasse denn das ist einfacher jetzt muss ich gestehen hier habe ich noch so ein bisschen was drin was ich vorhin hier schon mal für uns jetzt hier intern video seit ich ein bisschen vorbereitet habe dax ganz grob natürlich das gleiche und ein klassiker wäre natürlich dass nach so einem anstieg irgendwann mal eine korrektur kommt das ist tatsächlich das auf das ich jetzt warte nämlich das anzeichen ob wir jetzt hier was wackeliges hinbekommen das könnte jetzt vielleicht sogar schon in der mache sein so oder vielleicht sogar noch noch mehrfach das würde dann tatsächlich die chancen geben dass der kurs sich anschließend nach oben weiterentwickelt zwischen hoch ist ein klassiker das wäre typisch und wäre für uns ein ganz klarer tritt in den hinteren jetzt mache auch also wenn sowas hier passiert sind solche trigger ja immer die marken wo wir dann entscheiden eben rein zu gehen in dem fall dann auf die long seite aber wie passt das in das insgesamtige bild denn wir hatten ja da wechsle ich jetzt wieder auf den amerikanischen markt hier so eine kleine box eingezeichnet und gesagt eigentlich müsste der markt da rein laufen korrektiv er hat es ja nicht ganz gemacht wenn wir hier genau hingucken stellen wir fest er hat die kiste nicht erreicht dann kann es doch eigentlich nicht sein dass das tief schon gesehen ist er muss also noch mal tiefer und das können wir uns mal kurz angucken dafür haben wir ein bisschen eine statistik die wir dafür benutzen können und wenn wir sehen wir hatten ja ein anstieg und wir wollen wissen wie lang ist dieser rücksetzer hier diese abwärtsbewegung bevor es wieder nach oben geht das heißt wir vergleichen diese erste welle in der korrektur die a welle mit der b welle und schauen mal wie diese größenverhältnisse sind wir wollen das in diesem video ganz kurz nur machen denn es soll ja nun überblick jetzt hier bieten dann können wir sehen die erste zu zweiten vergleichen und dann sehen wir es muss nicht bis zur 38 marke runtergehen es reicht auch deutlich weniger um es zu ermöglichen das hier ist ein bisschen starker tobak das besprechen wir an anderen stelle wer spaß an sowas hat der sollte sich mal umgucken bei unseren servicen die wir hier anbieten immer wieder und trotz alledem wir können hier relativ leicht schon erkennen dass der rücksetzer auch kleiner sein darf die chance also dass wir das tief schon gesehen haben ist nicht gleich 0 umgekehrt bedeutet dass es ist möglich vielleicht nicht das wahrscheinlichste bild aber möglich dass das hier schon das tiefer und der kurs hier weitergeht das ist immer das was die meisten sagen ja das ist das was ich jetzt nicht hören wollte ich wollte eine ganz klare aussage und nicht irgendwas über möglichkeiten hören als trader müssen uns blöderweise mit möglichkeiten allerdings beschäftigen für uns ist das aber auch konkret nutzbar denn wenn der kurs möglich macht dass das hier schon das tief war dann brauchen wir ja nur im kleineren darauf zu achten wann bekommen wir genau das was wir angesprochen haben nämlich schub in die eine und möglicherweise eben so was oder so was oder wie auch immer das dann aussehen mag jetzt fast das gleiche wieder korrektiv in die andere richtung um anschließend die aufwärtsseite dann wieder mitzunehmen also das ist für uns immer so der hingucker wo wir sagen wenn wir eine seite stark sehen ihr wollen haben wir die seite stark die andere seite schwach das müssen jetzt mal abwarten ob das schwach wird schwach noch mal zur erinnerung wackelig ja wir sehen dass hier starke seite aufwärts abc abwärts seite ja das sieht man hier auch abwärts abc ein bisschen schwierig zu erkennen aber auch hier stark verhältnis dazu abc relativ schwach und dann ist die trendfortsetzung durchaus typisch und ja auch erlaubt wie wir gerade eben statistisch gesehen haben das heißt im moment bin ich eigentlich sogar der meinung wir haben die chance dass es jetzt schon direkt weiter nach oben geht die chance ist absolut gegeben jetzt hängt es davon ab was machen die marktteilnehmer raus das bild ist bullisch solange abwärts wackelig oder stark nach abc muster ist also wackelig kann auch so in der richtung aussehen irgendwie in der art aber dieses abc eine richtung abc fortsetzung das ist immer wieder dass es vorkommt auf den unterschiedlichen zeitebenen ist also jetzt nicht irgendwie was ganz außergewöhnliches sondern wir sehen dass immer wieder auch hier starke abwärts abc beispielsweise oder zumindest mal wackeliger in die gegenrichtung wenn das nicht der fall ist denn das ist keine garantie dass das so jetzt wackelt aber wackeln und nicht wackeln kann man in der regel ganz gut unterscheiden wenn der kurs jetzt tatsächlich irgendwie sowas macht dann ist long nicht das thema auch nicht wenn der kurs dann nach oben geht zumindest mal nicht in dieser vorrangigen geschichte sondern dann ist wahrscheinlich dass alles was aufwärts ist seinerseits dann wackelig und dann wissen wir ja stark war ja abwärts wackelig ist aufwärts so wie wir das hier vorne auch hatten und dementsprechende fortsetzung nach unten das wahrscheinlichere bild obwohl es ein bisschen danach klingt ja alles ist möglich und man weiß es nicht genau haben wir damit ein ganz klares hilfsmittel um sehr schnell zu erkennen wie sieht denn jetzt aktuell tatsächlich aus deshalb meine einladung hin und wieder mal einen blick auf den chart selber zu bringen und zu sagen dann gucken wir doch mal wo ist die starke richtung und die schwache denn auch im 5 minuten chart kann man eine starke von einer schwachen starke von einer schwachen eine starke von einer schwachen richtung immer wieder erkennen es gibt sicherlich situationen wo man es dann mal nicht weiß aber wenn man wieder irgendwie was fünffälliges hat und dann eine gegenrichtung die vielleicht dann deutlich schwächer aussieht das geht auf allen möglichen zeitebenen und gibt uns damit immer wieder chancen zu traden so ich will jetzt hier nicht übertreiben wir haben wochenende deshalb jetzt alle noch mal auf den markt geguckt ein bisschen spaß und hoffentlich ein paar ergebnisse positiver art noch mal ein fahren in diesem sinne sage ich von dieser seite erstmal alles gute ganz liebe grüße wir sehen uns in der nächsten woche wieder bis dahin alles gut